was glaubt man sie weiter aus ihr und in einem weiteren real life sammeln diesmal denkt ihr euch was du stehst allein hier letztes mal war es mit anski richtig aber diesmal habe ich issue dabei issue kennt ihr natürlich alle diejenigen die ich nicht kenne checken auf jeden fall aus ist unser homeboy der die erkenne dies und das in dieses und jenes deutschrap homeboy video ding was er da daraus sagt aber damit ihr natürlich auch glaubt reicht man ein handy rüber weil wir wissen ja wirklich ihr kennt ja issue ihr kennt ja issue ja er selbst redet er in seinen videos nicht deswegen behalten wir das so er will es nicht zeigen aber das ist hier quasi damit ich zeige sein channel sein handy mit dem wir auch gleich sammeln werden denn ich werde quasi issue habe ich gesagt vor ein paar wo noch an du issue hol dir mal du kannst battle und hol dir die stones schwarze die stones damit ihr dann real life sammeln können issues auch ein kollege von mir also wundert euch nicht wenn ich hier zur seite schaue denn er sitzt hier neben mir wama haben wir leider nicht bekommen auf dem bildschirm der dude dieser penner ist mal wieder geschäft unterwegs irgendwo in den usa oder whatever der sich da rumschleicht aber wir sind mit issue wie gesagt issue selbst macht den anfang weil ihr seht er hat wirklich sehr sehr viele stones erfarmen können er selbst hat drucker metal eigentlich nicht so oft gezockt aber ich habe ihm gesagt hier komm zock mal fang mal ein bisschen an und kann es auf jeden fall schon mal anfangen ich werde ihn ein bisschen leiten also wundert euch nicht er hat neu angefangen ihr seht rank 43 kannst auch bei dem banner die drei mutter mitnehmen auf jeden fall macht schon mal deinen ersten summon ich werde natürlich auch dann parallel sammeln und dann sind wir auf jeden fall an der stelle wie das ganze verlaufen wird nämlich ich mache nur bei gogeta ja bei gogeta brauchen wir noch issue es geht da komplett er hat den ersten durchlauf da den zweiten durchlauf vier alles und jenes und wir starten ja an der stelle was willst du ziehen beides geil elle ja einfach eskalieren wollen wir einfach eskalieren ihr seht schon er hat ein newcomer account kannst ruhig durchklicken issue wir haben auch ein bisschen was zu tun dann hoffen wir mal mit anski hat es leider nicht gefolgt oh mein gott was ich hau den mir zur seite alter gg erster multi multi okay klick weiter klick weiter was einfach schon ein lr geiler anfangen okay geiler anfangen vielleicht schon mal sehr sehr was 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 halt mal deine fresse das ist der issue luck oh den nukes gar nicht ja der lacht ja 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 der f ich wusste dass ich so krank ziehe 2 mal elle gogeta in einem multi sum hast du da gerade gepult ok ja der letzte summa gssr was ist es alter ich bin einfach legit sprachlos mach schon mal weiter wir lassen ein bisschen ein zwei weitere summons machen weil ich habe hier nur ein durchlauf er hat hier mehrere 2 3 durchlauf hatte am start mit seiner ganzen stunden 2 mal lr gogeta direkt das lr gogeta drop ist 0,5 prozent er droppt ihn einfach zweimal gg haupte zur seite raus freunde wenn ich jetzt schon nicht umbaut wenn ich jetzt schon gefallen hat dann lasst auf jeden fall ein like da und falls neu seid lasst auf jeden fall ein abo damit wir weiter gemeinsam gehen und schaut auch wie gesagt auf mein homeboy issue vorbei ihr kennt aber sicher alle schon diejenigen die nicht kennen schaut vorbei er macht echt geile videos vor allem diejenigen die auf der deutschlandsszene unterwegs sind könnt ihr euch mal ansehen aber mein gott was war das jetzt leckts halt hier weil es zu kranke puls waren weil es zu kranke puls waren lecktes misser satan wo bestimmt schon weiter mal ein bisschen kurz stopp ok ok wir sind beim gssr wieder kannst du da weitermachen kannst du da weitermachen ah ne hier ist ein gssr ok krass was warte wieviel zieht der junge 3 ssr ok warte 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 mach du mal stopp jetzt lass mal ozaro ran jetzt gucken wir mal ja ich schupe als ozaro ob wir auch gugeta pullen oh mein gott wenn wir gugeta pullen dann ist halt legit trip einfach zweimal gg krasse shit 1 2 3 4 pots haben wir an der Stelle hmmm 4 leckere pots ich bin grad buff und wenn ihr noch alle legito zieht dann haben wir ein video alles dann haben wir ein video legit alles ok bei mir im superstation 2 bei mir mein screen mein noxpair sagt auch ich bin am arsch ok majin majin nehme ich auf jeden fall an majin vegeta an der Stelle oh mein gott hätte elegoeta sein können aber wir fangen auf jeden fall gut an wir fangen auf jeden fall gut an machen dann aber leider weiter leider leider ja leider weiter mit yamchu krass ok ich schließe mal kurz das handy von issue an aqua an weil es legit am verrecken ist von dem ganzen puls ja klick mal weiter klick mal weiter für mich klick mal weiter für mich er hat die ellers gepult jetzt muss er hier auf jeden fall was krankes pullen ok dr gero jero dr jero chichi wieder dr g ok ah und fake gohan fake elegoan fake elegoan ok krass 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 was issue soll weiter machen issue macht an der stelle weiter ähm denn nein nicht bei mir achso ich hab ja nur noch 2 egal mach bei dir weiter wir machen einen zusammen komm let's go mach bei dir auch einen und dann machen wir den zusammen und gucken mal was sie hier raus gehen was wir hier pullen ich warte auf dich jungs wenn ihr mitmachen wollt macht auf jeden fall mit steigt ein ähm ich ziehe runter 3 2 1 dann legen wir alles bist du bereit 3 2 1 go ok super senja an der stelle beide ich schon mach den vorsprung ich schon gerne super sen 2 super sen 2 au super sen 2 bei ihm bei mir ebenso super sen 2 yep cool da ok jetzt bin ich gespannt alter jetzt bin ich gespannt ich muss jetzt auf beiden streams gucken wer wo was wann wie kommt mach weiter mach weiter mach weiter Alter das gibt's doch nicht diese 2 elego getas oh my god ich warte die ganze zeit dass elego geta kommt ok er hat goku er hat den neuen goku an der stelle er hat den neuen margin er zieht halt legit alles ok und ich ziehe halt legit nichts wir wurden fett geschäftet ich schon mach weiter ich schon mach weiter du hast noch sehr sehr viele durchläufe krass ich glaub's nicht komm drück das runter drück das runter wir müssen ein bisschen beschleunigen weil wir haben noch sehr sehr viel vor aber der anfang hat zerrissen der anfang hat legit zerrissen krasser shit ok crack stream muss das sein yes thank you dragon balls komm zeig was an ah tarbel ok müll topo ok kann man mitnehmen nicht gefeatured an der stelle also wenn ihr noch koketas jobben pfff motamo krillin hoi ja hoi jetzt jetzt spupu oh janembo ok aber ins leider der hinsen strength warte wieviel es ist jetzt siehst du eigentlich ok den nimmst du doch mit war das jetzt hast du ein gratis multi mach noch den multisam anleitung nein stopp stopp das war dein gratis multi ok geh mal zurück jetzt machen wir bei vegeto weiter bei elevegeto klick mal eins zurück genau der kann nämlich noch einen ganzen durchlauch bei elevegeto mitnehmen hier richtig er hat ja 3x30 fang an oder auch 2 mutisam raus dann mach ich wieder an oh was war das am anfang wenn jetzt noch elevegeto kommt dann ist halt total am marsch dann ist das richtig gg krass freunde denkt ihr denkt ihr hier hier droppt noch elevegeto droppt hier noch elevegeto naja müll pilz kauf go an ok majinbu captain ginyu drag joe super vegeto ah gell auf jeden fall komm mitnehmen nice alter zweimal in einem multi und sommer aber ey im durchschnitt immer 3s oder wie es aussieht hau noch einen raus komm mach weiter ne ne mach einfach weiter mach weiter können wir später machen krass krass oh mein gott ich hab mich legit noch nicht erholt davon ach v g g g zum g was kommt jetzt also wenn elevegeto noch kommt dann hast du halt Dokkan durchgespielt ne ok ne ok weiter tikolo v g da krepp g krepp da ok gut jetzt lasse ich mal einen machen ich mache jetzt bei mir noch mal ein häng das phone an bevor das uns abkratzt hier kommt schon ich will auch ich will auch ich will auch kurz mal hier jetzt 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 aber komm was sagst du cool ich ihn noch was safe wenn ich jetzt sagt nach dem zeitpuls am pool dennoch zwei mutis und hat nur tickets er ebenso kommt schon alte oh mein gott wenn wir noch ein apple in diesem video der anfang war gleich komm lass es besser werden kommt ja es wird nicht besser mit dem penne gohan trainingsanzug und keiner kennt den alte zweimal gohan zweimal krillin dreck keiner versteht die welt man hey bitte nur der jester schon wieder ein great ich habe noch einen mutti und dann noch ein ticket du hast auch ein bisschen mehr also wundert euch nicht warum ich das ganze handy hol von links weil jetzt gesehen zwar unter zehn prozent damit dass uns abkratzt ist schon kaum macht eine durchläufe du hast hier noch ein durchlauf hast du ganz mutig dann kannst du noch ein ne da kannst du noch kein mutimer machen da fehlen dann 3 so und dann machen wir die tickets gemeinsam ich habe schon mal meine tickets weil ich kann sie ja ich bin schon die gegangen wir haben schon fett im stream glaube ich so viel zu uns da gelassen im real life zusammen mit anski genauso ein durchlauf gemacht jetzt sind wir glaube ich bei 5 6 durchläufe bei grüter und er ist immer noch nicht gejobbt ja gg gg da buhan ok ok nicht schlecht kann man auf jeden Fall mitnehmen lol cooler richtig random ok man noch dein gratis-multi hast du noch oder ok hau den gratis-multi noch raus dann oh mein Gott ich mache jetzt noch seine gratis-multis dann holt er seine tickets während er seine tickets hau ich mein gratis-multi raus holen meine tickets dann macht er sein Ticket komm ein LR wollen wir noch ein LR wollen wir noch let's go so was soll sein sein ah das wäre so geil wenn wir Elegoator und Vegito in einem Video hätten das wäre echt richtig geil Tarn Tarn Cell Dreck oh shit ok 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 auch nur GSSR Trunks wieder Müll ok hol mal deine Tickets an der Stelle komm schon komm schon wir brauchen ein bisschen Hype Tickets holen uns bei den Gifts genau richtig 1,2,3,4,5 Ports komm schon komm schon komm schon lass uns Elegoator ziehen bitte Bidi 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 komm schon zu was sehen zu was sind zwei zu was sind drei Alter komm bitte ich brauch die Silhouette komm wir sind schon ein bisschen lieb gegangen Gugeta komm bitte lass uns ein Gugeta drop hin drop hin sie bitte Gugeta nehmen sie Gugeta an also bei mir läuft legit nichts bei dir im Durchschnitt 3 SSR richtig geil bei mir ADF müssen wir halt ausgleichen wie es aussieht Alter wir müssen das legit ausgleichen was ist für ein scheiß Game Inchanemba ya leko mio als GSSR Müll oh wie viele Tickets hast du Alter du kommst auf keine 10 dann lass mal behalte deine Tickets weil wenn ihr 10 Tickets habt bekommt ihr ein GSSR wir lassen mal so stehen weil er zockt ja noch die Tage auf jeden Fall dann bekommt er noch Tickets vielleicht machst du noch einen Sum keine Ahnung oder hast du bald wieder fast 5 Stones Ischu Ischu hat die zwei Elegoators gejobbt Elego2 ist leider nicht gekommen ich hab hier noch einen allerletzten okay ich bin bereit ich hab meine Energie gesammelt muss ich kurz inne gehen und jetzt noch Elegoator droppt bitte oh mein ich hab keinen Bock weiter deep zu gehen also an der Stelle an euch ist erstmal wir haben noch hier wann nehmen wir das auf wie viele Tage sind noch neun oder sieben Tage jetzt noch eine Woche ist das ganze noch online geht nicht heim verballt nicht euer Geld gehönt euch wir bekommen auf jeden Fall noch Stones das ganze Banner ist bis zum 13. August online heißt bis dahin bekommen wir auch guten Stuff gute Stones und vielleicht droppt der noch ein oder andere Multi ich werde nämlich vorerst jetzt vorsichtig sagen zurückziehen falls Elegoator nicht droppen wird mit den Summons eventuell kommen wir noch zurück auf den letzten Tag oder so keine Ahnung man ey bitte kommt schon aber im Endeffekt geduldet euch ich kann mich aber nicht gedulden was das für ein das gibt's doch nicht alter ja Goku GE 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 ja soviel zu Elegoator 0,5% shit bei mir ist leider nicht gejoggt aus dem weiteren Durchlauf bei unserem Boy Issue schon Glückwunsch Jungen anyway Freunde wenn euch das ganze gefallen hat wie gesagt die RealLife Summons dann gebt mir ganz auf jeden Fall ein Like schaut meinen Homeboy Issue vorbei bis dahin wünsche ich auf jeden Fall eine schöne Zeit ich wünsche ich auf jeden Fall noch sehr sehr viel Erfolg beim Summon wir sehen uns Freunde haut rein Peace